Was ist die Taufe? Die Taufe ist das erste Sakrament. Sie ist das Tor zum christlichen Leben. In der Taufe wird der Mensch Christus ähnlich, ihm gleichförmig. Das bedeutet aber nicht, dass man bei der Taufe einen Bart, Extensions und ein Umstyling bekommt. Nein, in der Taufe erhält der Mensch Anteil am Tod und der Auferstehung Christi. Klingt mystisch. Ist es auch. Und es bedeutet folgendes. Bei der Taufe wird man im Wasser untergetaucht oder mit Wasser übergossen. Das steht symbolisch für den Tod. Das Hervorgehen, das Auftauchen aus dem Wasser steht für die Auferstehung. In der Taufe haben wir also ein Bild für Tod und Auferstehung. Das Ganze ist jedoch nicht nur ein nettes Symbol, sondern etwas, das sich in der Taufe wirklich am Menschen vollzieht. Eben weil Gott in der Taufe am Menschen handelt. Der alte Mensch der Sünde stirbt und ein neuer Mensch ersteht zum Leben. Mit dem alten Menschen der Sünde meint man den Menschen, der von der Erbsünde geprägt ist. Was ist die Erbsünde? Das wissen wir schon. Die Erbsünde beschreibt den Zustand des Menschen in unserer gefallenen Welt. Wenn der Mensch geboren wird, lebt er nicht automatisch in Freundschaft mit Gott. Nein, er tendiert eher zum Egoismus und kreist am liebsten um sich selbst. Auf der Couch liegen und sich bedienen zu lassen, fällt ihm nicht schwer. Für das Gute hingegen muss er sich anstrengen und er muss es üben. Dieser Zustand, der kurz gesagt vor allem ein Mangel an heiligmachender Gnade ist, wird Erbsünde genannt. In der Taufe nun wird dieser Mangel behoben. Der Mensch erhält die heiligmachende Gnade und Kraft dieser Gnade kann er als neuer Mensch leben und Christus nachfolgen. Schade, dass so viele Christen offenbar vergessen, dass sie in der Taufe zu einem neuen Leben gerufen sind. Dass in der Taufe ein neues Leben beginnt, wird auch in anderen Zeichen bei der Taufeier ausgedrückt. Zum Beispiel bekommt man in der Taufe seinen Namen. Selbst wenn sich ein Erwachsener taufen lässt, kann er sich einen Taufnamen aussuchen. Es ist der Name, mit dem Gott uns ruft, als wahre Kinder Gottes zu leben. Auch bekommt man bei der Taufe ein neues Gewand, ein ganz weißes. Es steht für die Gnade der Taufe. Man soll fortan ein reines Leben führen und den Schmutz der Sünde meiden. Und drittens bekommt man bei der Taufe eine Taufkerze. Das Licht steht für die Gnade, die man in der Taufe erhalten hat. Mit dem Licht der Gnade können wir den rechten Weg zu Gott erkennen und beginnen, diesen Weg zu gehen. Die Taufe ist also der Start in ein neues Leben aus der Gnade. Ein Leben, in dem wir Christus nachfolgen können und sollen. firk, wenn wir nicht audiobooket haben, diesen Weg zu bringen. Schmutz Wirklichkeit Wirklichkeit Wirklichkeit